Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Schweinfurt 05, 4. Liga, 2022-2023, Regularliga Bayern, 2022-2023, 1. Spieltag. TSV Rhein gegen RCFC Schweinfurt 05, Ergebnis 0-3. Start 11 von TSV Rhein. Atinger, Bröttinger, Crespanik, Raouwer, Marcini, Maier, Schuster, Müller, David Wein, Müller, Kudrischi, Start 11 von RCFC Schweinfurt 05, Entschuldigung. Schmied, Engelner, Geling, Seeler, Schmied, Raus, Brölein, Schwarzholz, Müllengel, Jappiri, Das war's von TSV Rhein gegen RCFC Schweinfurt 05, 12.09.